Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde in Masse und Feuergames und wir spielen weiter Baldus G3. So wir sind hier in der Krippe und in der letzten Episode haben wir das Blut von Lassander und zwar diese mega geile Waffe hier mal gefunden. Und wir waren in Astral Prisma, das war hier und haben mit unseren, ja wie sage ich mal, unseren Charakter aus den Träumen gesprochen. Die hatte natürlich den Plan enttarnt von der Königin, der Giyanki, dass alles was sie sagt eine Lüge ist. Lassel findet das natürlich alles nicht so toll, sie ist ein bisschen verwirrt gerade, sie weiß gar nicht was abgeht und ja, sie steht so ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Sie versucht uns zu glauben, allerdings versucht sie natürlich auch der Königin die Treue zu schwören und weiter zu ihr zu halten. So aber wir wollen jetzt hier aus der Krippe raus. Die Krippe hat sich natürlich jetzt gegen uns verbündet und ich weiß jetzt nicht wie der Kampf hier aussehen wird. Vielleicht gibt es aber gar keinen Kampf, denn wir haben eigentlich die ganze Krippe schon ausgelöscht, aber das werden wir gleich sehen. Ich bin sehr gespannt, ob wir angegriffen werden. Also wenn das die gleichen Charaktere sind, die wir bisher hatten, dürfte uns nichts passieren. Denn die sind ja alle tot, also nachher. Tatsächlich hier ist ja irgendwie gar keiner. Dummdi dummdi dumm, so wir laufen hier einfach mal alle raus. Das einzige was passieren kann, dass wir hier gleich angegriffen werden. Ja, das habe ich mir ja gedacht. Das soll aber tatsächlich nicht so das megagroße Problem für uns werden. So, wer ist denn jetzt dran? Okay. Zielpunkt nicht erreichbar. Okay. Aber, Moment. Wir können... Bam. So, dann gucken wir mal. 53, 41, 41. Dann würde ich sagen, wir nehmen den hier erstmal. Was? Ey! Alter! Was ging da bitte gerade ab? Okay, da oben sind irgendwelche zwei. Okay, da oben sind irgendwelche zwei. Okay, das ist gerade nicht frei. Okay, das ist gerade nicht frei. Könnte ich mich da hinlegen? Könnte ich mich da hinlegen? Okay, jetzt könnte ich... So... So... So, du bist weg. So, die hätten wir schon mal vernichtet. Okay. Okay, sie macht jetzt... Hm, 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 hm. Ja, okay, der Wirkungsgrad ist ein bisschen kacke gerade. Äh, dann machen wir das mal so. Äh, dann machen wir das mal so. So... So, jetzt kann... Kala... Alter... Falter, ey. Okay. Okay. Okay, können wir noch einen Knaufschlag machen? Die ist gut! Die ist echt gut. Ja, hau ab! Hau bloß ab! Okay, so warte mal, jetzt müsste ich mal vielleicht... Wirk ist unterbrochen? Warum das denn? Dann geh mal hier... So... Geil! So... So... Der ist erledigt. Sch-sch-sch-sch... Mach weg! Ja, ich kann nichts machen, okay? So... Aaaaah... 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 Aaaaah! Aaaaah! Wo schießt du denn hin? Oh mein Gott! Aaaaah! So dumm gerade, so blöd, echt? Ready for this... alter war das gute ist ja die gehen auf das soll das finde ich ziemlich geil so lange würde ich das ja nicht mehr mitmachen können 65 65 2 12 ok ich kann ja sicherheitsgründen nicht direkt weil ich glaube die nächsten zug 85 so ihr seid alle fertig wow ok so ich nehme das erstmal mit ok ich bin so mega überladen jetzt gerade mein gott so die schicken wir mal ins anlager 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 das liegt ja gar nichts guck mal diese ganzen lager vorräte die nehmen echt so mega einfach so mega viel an gewicht weg oh mein gott ich bin ja hier noch so überladen ok weil das jetzt echt nicht so mega schlimm ist ok also das geld ich muss ja langsam ein bisschen aufräumen auf jeden fall weil das ist echt kein zustand ja also warte mal die schwerte habe ich dir eigentlich weggegeben so das da und da hin das auch da hin das auch hier sagt doch ich habe hier noch schwerter an lager senden so so du willst hier essen was zum hänger ist das ein messer das mit grieken ok Okay. Wirklich krasse Dinger die hier noch so sind, so die Pfeile, komm die kannst du echt behalten. Hier ist noch irgendeine geile Truhe. So, ich bin wieder überladen, warum? Achso, ja klar, warum? So eine blöde Frage gerade. So erstmal, erstmal, erstmal nehmen wir das und das und das. Oder dahin. Ich schick das erstmal, einfach mal alles ins Lager. Was ist das? Ja, ich habe leider den Händler platt gemacht gerade. Daher wird es ein bisschen schwieriger. Das nehmen wir das, 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 das. Ich weiß, ich bin mal wieder überladen. Dann nehmen wir einfach alles und wieder ans Lager schicken. Drei bis zwölf. Oh. Hm. Ich weiß nicht, ob das... Zack, zack. Ich glaube, hier haben wir einfach mal einen Punkt mehr. Was das Ganze ein bisschen netter macht. Den können wir wegschicken. Jetzt können wir auch wegschicken. Okay. Da sieht, glaube ich, erstmal gut aus. Was? Hm, hm, hm. Wir gucken nochmal hier hinten. Oder kann einer weitergehen? Okay. Okay, hier ist irgendwie alles boring, Keggy. Gehen wir nochmal hier nach oben. Oh, wo kommen wir denn da hin? Geil. Fünfzig... Fünfzig Minuten Heiltränke hier. So, wo kommt man denn da hin? O.M.G., wir kommen hier raus. Okay. 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 So, und die will da wieder nicht. Ich hab mal wieder gar keinen Bock zu springen. Nein! Hier kommt nicht alle zurück. Okay. So, erstmal machen wir nochmal D hier. Let's move. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier gerade bin. Okay. Okay, hier ist der Eingang. Okay. Okay. Okay, hier ist das Gefühl. Ja, hier ist das Gefühl. Wie geht's denn? So, jetzt müssen wir mal die Gruppe ein bisschen trennen, weil die haben jetzt keinen Bock da hoch. Oh Mann, ich verstehe es nicht. Warum springt die ja nicht? So, und Schattenherz, an der Schattenherz ist da, wer ist das, hä, woher ist das? Vor allem sie hat ja die Megasprünge und sie hat eben keinen Bock da hoch, das muss man nicht verstehen. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Ja, okay, wir können uns eigentlich ja jetzt hier wegbeamen, oder? So, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Okay, cool. So, dann haben wir das hier mal geschafft. So, ich schalte jetzt kurz mal auf Gamepad. Zack. Kann man ein bisschen besser laufen. So, wir haben ja das Ei gefunden. Mal gucken, ob die Frau irgendwie das so geil findet. So, warte mal. Wo war denn dieser komische Eisenmann? Oder da? Eisenmann, das ist keine Eisenbahn, das ist ein, äh, ein, ein, ein Aufzug. Boah, sieht wirklich geil aus. Doch in beiden. So, wo war denn die Frau? Die war, glaube ich, wenn man hier hingeht. So, mal absafen, ja. Danke dir so viel. Du bist sicher, dass du in die Lodge in die Lodge bist, wenn du immer die Boulders Gate besitzen kannst. Ich sollte so sagen, wenn die Anrufe kenne, bin ich immer sicherlich vorbereitet. Schau mal. Okay, sie handelt. Gut, dass ich jetzt alles ins Lager geschickt habe. Okay. Warte mal. Kannst du auch mal was wieder machen? Oh, jetzt sind doch ein paar Sachen, die ich mal hier noch... Hä? Hä? Ich kann das nicht verkaufen? Okay. Ich kann das nicht verizen. ok muss noch schnell auf handeln gehen ok so geht's eine perle so das kannst du haben das kannst du auch haben so ja guck mal weiter ja ich hab jetzt alles alles eigentlich ins lager geschickt ich weiß nicht was ich dir jetzt hier noch geben kann ja das kannst du auch haben ich glaube mehr würde ich auch nicht machen ok so unsere reise geht dann weiter freunde richtung norden so ne richtung norden waren ja hier so jetzt müssen wir quasi nach da gehen ok aber was sind die denn hier jetzt gerade die todesherden ja 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 das hat ja fast gar nichts gebracht oh mein gott ok ok alter alle auf karlach oder was oh mein gott was geht hier gerade ab freunde so ich müsste mich irgendwo nach oben biegen ich gehe in die glas ich gehe in die glas aber ich kann hier nichts mehr nach oben ernsthaft ok 99 Prozent, 99 Prozent. Okay, warte mal. Okay, aaahhhhhh. Okay, da kommt sie nicht mehr ran. Okay, da kommt sie nicht mehr ran. Okay, so jetzt müssen wir mal aufpassen. 30, 30. So warte mal, wir können nochmal vollends machen. Alter, das nervt mich so dermaßen gerade hier. Okay, da kommt sie nicht mehr ran. Und Totenschutz? Was geht? Okay. Finde ich gerade nicht so geil. Oh scheiße, ich hab Kalach getroffen. Das kann nicht wahr sein. Ich kann nicht aufpassen. Okay. 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 Fehlschlag. Oh man! Okay, jetzt kann ich noch mal das machen. Sehr gut. Alter, was? Alter. Die stehen immer wieder auf. Oh man, das ist echt so... Fuck, ey. Oh ne Scheiß, wie soll man die denn platt machen? Das ist doch... Alter, das ist... Ja, ich muss... Ja, Kalach heilen, das ist... Wo ist denn Kalach? Äh... Okay... Wieso, wie ich nerven die Viecher aber schon gerüchtig? Entschuldigung... Okay... Okay... Geil... Puh, das ist aber echt krasser Kampf... Oh ne Mist? Ey, was geht ab? Nein, da wechseln immer wieder auf! Boah! Geil... Pak! Oh, 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 oh. Das war's für heute. Bisschen Kala. Ist das Kala? So, wenn ich den erledige jetzt. Dann können die niemanden mehr erwecken. Logischerweise. Ja, Kala ist wirklich am... So, ich solle Kala wirklich mal gleich rausholen hier. Mal gucken, wie das Kling kämpft. Okay. So, nochmal Kala heilen. Mal gucken, wie das Kling ist. So, die herkärin. So. So. So, kann ich... Ah, das kann ich nicht mehr machen. Wow, der hat noch 53. Was? Alter, nur noch ein! Okay, jetzt habe ich... Boah, das war richtig gut. Sehr gut so, die sind platt. Ich glaube, jetzt ist nur der eine Typ hier. Boah, was war das für ein Kampf, Freunde? Oh mein Gott! Alter Falter, was war das bitte für ein Kampf hier? Ich glaube, die Gula, die haben, glaube ich, ein bisschen mega viel hier. Ich nehme nur das Gift. Äh, das Gift, das Gold. Und... Nix. Boah, das war aber echt krass. Was, ey, wie das die? Alter! 18er Rüstung. Oh mein Gott! Okay, das kann ich nicht mehr nehmen. Aber 18er Rüstung. Aber 18er, oh mein Gott. Ja, wer kann das überhaupt tragen? Das kann sie tragen, locker. Locker, locker, locker. Wo bitte ist die Rüstung? Nice. Okay, so, dann werden die mal runter. Die hat schon 18er, 16er, aber die wird das nicht tragen können. Was? Ungeübt mit fairen Rüstung? Oh no. Ich brauche keine Leichte. Ja. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter. Wir gucken mal auf die Map. Okay, wir sind von da. Wir können jetzt mal hier entlang gehen. Okay, da würde es weiter gehen. Wir gucken doch mal hier oben. Ja, gut, ein Lagervorrat. Ich glaube, wir sind von da gekommen. Genau, von da. Dann sind wir da entlang, da und dann da. Ja, dann kann man tatsächlich, glaube ich, nur. Hm. Ich würde gerne nochmal was gucken. Hm? Best avoid that trap. Trap. Just as I expected. Okay, so laufen wir mal so nur im Kreis. So, da sind wir nach oben gegangen. Hier würden wir wieder weggehen. Wo komme ich denn da hin? Also, wir gucken nochmal hier. Okay, hier ist eben eine krasse Hülle. Die Hülle machen wir in der nächsten Episode, Freunde. Das machen wir nicht jetzt. Das machen wir echt in der nächsten Episode. So, und dann gehen wir hier entlang. Gut, dann, ich bedanke euch, bei euch für das Zuschauen. Händler, lasst gerne ein Abo, ein Like und dann, hoffentlich bis nächstes Mal. In dem Sinne, ciao und ich bin raus.